Hallo, ich bin Franco. Ich spiele heute das tolle Spiel Müllis Müllquiz mit euch. Erstmal erstelle ich mir einen Account. Geschafft. Jetzt melde ich mich an. Wow, das sieht echt schön aus. Das ist Mülli und das sind die verschiedenen Tonnen. Schon was gelernt. Und hier finde ich die Joker. Die können mir bestimmt helfen. Okay, lass uns loslegen. Juhu. Das macht Spaß. Oh nein, falsche Tonne. Das weiß ich. Welche Tonne wohl? Oh, wie doof, Mülli ist traurig. Jetzt brauche ich Hilfe. Zum Glück, schon ist er wieder zufrieden. Vielleicht kann mir diesmal Mülli helfen. Tatsächlich. Danke Mülli. Puh, die Zeit vergeht schnell. Lass sie uns anhalten. Schade, schon vorbei. Das hat Spaß gemacht und war lehrreich. Gehen wir auf mein Profil. Franco cool, so nennen mich meine Freunde. Das sieht gut aus. Wow, erster Platz. Ich bin einfach der Beste. So, das war's. Nun zeigt euch Franka das Autorentool. Danke Franco. Ich bin Franka, Frankos Lehrerin und die Administratorin. Erstmal ein Profil erstellen. Schriftgröße 12 hört sich gut an. So, das sind also alle Nutzer. Ich füge mich mal als Nutzerin hinzu. Das war einfach. Und schon ist mein Account wieder gelöscht. Lass uns eine Frage zum Quiz hinzufügen. Genauso einfach kann ich die Frage auch wieder bearbeiten. Und geschafft. Jetzt kann ich sie auch wieder löschen. Perfekt. Das war's schon. So komme ich zurück zur Nutzerverwaltung. Und so zurück zu den Profilen. Danke für eure Aufmerksamkeit.